So, erst mal die Wildpferde anfangen. Und, wo geht es heute hin? Auf die Ostweide, von der Westweide. Wird richtig geil, genau. Da war ich einen großen Track. Ja. Und, wo geht es, wo geht es, wo geht es, wo geht es. Und, wo geht es, wo geht es, wo geht es. Und, wo geht es, wo geht es, wo geht es, wo geht es. Und, wo geht es, wo geht es, wo geht es, wo geht es. Und, wo geht es, wo geht es. Und, wo geht es. Und, wo geht es, 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 wo geht es. Und, 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 wo geht es. Musik 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 Nächste Frage, schon wieder, aber da muss immer ich so früh aufstehen, wenn ich nicht schuhe. Da musst du schon um 5 Uhr aufstehen. Aufstehen Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018